Also, Sünder wird safe, Topcom. Mitte, 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 Mitte. Einfach Part. Ich würd erstmal nicht TP'n. Ja, also pick Metiric. Ja, ich hatte Bock. Ja, das ist wirklich Abfahrt. Abfahrt. Mach, mach Gwen, mach Gwen. Mach dich glücklich. Sache hier, Mann, ne? Also, lock. Ja, ja, kannst locken. Auf lock. Auf lock, Bruder. Ja, dann lass uns das Schiff jetzt mal nach Hause segeln, okay? Yes. Auf jeden Fall, let's fucking go. Ja, du gehst die Ignite, oder, Pius? Ja. Das V9-Spezial hier. Ja, also das Ding ist, ähm, also diesmal, wenn wir ins Lacken kommen, wir können nicht verlieren. Wir outscalen die so unendlich hart. Also, falls Early-Game nicht so viel passiert, ist das nicht schlimm für uns. Weil die haben wirklich keine Antwort gegen Gwen. Das ist, ich kann einfach weglein-Diver, was soll ich nicht tun? Aber wir sind Level 1 auch stärker, oder? Also, wir sollen einfach mal gucken, dass wir ein Flash unten ziehen, oder so. Oh, die haben halt echt schnell. Da muss man schon umfassen, ein bisschen, ne? Ja, wir können mit Pyke auf jeden Fall gucken, aber ich mein, die sind nicht dumm. Die werden auch das checken, dass wir irgendwo gucken werden, ne? Wenn wir da an Bards dann reinlaufen, weiß ich nicht, ob es noch winning ist, aber... Ach so, wir spielen Blade Show auf Pyke? Ja, das ist unser Fischküche. Das ist jetzt ein neuer Begriff, den man beim Snowboarden lernt. Ja, ja. Ich glaube, du solltest Edge of Night rushen, by the way, Piers. Ganz einfach auf Zyndra auch vorbeirennen und sowas. Ja, und an Edge. Ich würde es hier gerne machen, ne? Also, late den Enemy Blue Invaden hier. Okay, können wir machen. Aber du machst das alleine, oder brauchst du mich, sobald Aatrox kommt? Ja, sobald Aatrox kommt, brauche ich dich auf jeden Fall. Okay. Oh, ja. Soll ich kommen, oder nicht? Nee, ne? Ich ghost den an, der muss wegflaschen. Okay. Also, Aatrox ist top. Ja, ist weggeflasht und super low. Ey, Botlane, ihr seid jetzt safe von dem, für vier Minuten oder sowas. Ja. Ja, 100% Bot-Side. Ich nehme den kompletten Top-Side weg. Boah, die haben Vision jetzt auf mir. Ich reset hier nach. Also, sieht nicht so aus, ob die da reingehen. Ja, weiß ich nicht. Und drei Minutes fürs Drei, das wäre auch noch wichtig. Haben wir einen dicken Spike. Mal probieren, das auch hier zu kriegen. Okay, ist nix da, ja. Äh, das heißt, Xinsau wahrscheinlich hier, Piers. Sola, kannst du hier oben warden? Nee, ich hab grad hier gewalt. Danke. Über Info haben können wir jetzt jeden Fight neben Piers, ne? Ja, Xinsau hier Bot-Side, hat gerade seine Bot-Side fulkiert. Ich würde auch Drake stacken, anstatt Worldcrups fighten und sowas, ne? Ja. Ja, ja, ja. Wir könnten jetzt mit Journey noch gleich aufpassen, dann. Kriegen wir Drake und Spawn hin, ist das ein Ding? Ja. Ich mach jetzt Red Buff, resette und gehe aus Base dann in Drake. Wir können die Wave jetzt hier ziemlich easy halten und das ist ein Easy-Kill. Haben wir mal E. Nice, Ghost raus. Ghost raus, nice. Puschen die Wave, werden wir wahrscheinlich Basen. Ja, aber dann können wir auch einfach... Drei Sekunden, drei Sekunden hab ich... Ich würde nach Drake gerne, gerne hier in seine Bot-Side reinlaufen. Wir haben halt Resets. Du willst ja auch Resetten hier. Ich würde auch gerne Resetten. Ja. Können wir, können wir hier dann fighten? Ja. Wir sind strong gerade. Tarek ist auch Xins of Raptors. Geht nix. Ich komm bitte jetzt, wenn sie die Bot-Lang ganken wollen. Ja, kann gut sein. Enemy Red Buff ist auch gespawnt. Mach mal E. Auf die Wave. Geht ja raus, E. Der Ash ist chunked. Wir haben Slow-Push jetzt zu uns. Ich würde hier für ein Fight dann gucken. Gucken, glaub ich, wie Journey hier vielleicht sogar. Dann kannst du einfach hinter uns den Push reinstellen. Wir... Mal dir ein All-In. Ja. Guck mal. Ich bin hier auf der Krabbe. Ich bin Bot da an sich, ne? Ja, ich würde hier gerne treiben. Dandrak kann jetzt nicht einfach so. Ja, ja. Xins hinter den, Xins hinter den, Xins hinter den. Ich bin, ich bin on the way, ja. Einfach Bart. Der hat kein Flash. Einfach Bart, einfach Bart, einfach Bart. Ja, ja. Gibt zwei Sekunden Stun. Ja, ja. Look Ash, look Ash. Kannst du noch, Piers? Ja, ich bin gleich wieder da. Da wieder. Nice, nice. Wir haben Drake eine Minute. Ich reset hier dann einfach. Wart ist Bot. Das ist illegal, oder? Syndrat einrave. Moogbar muss eigentlich wissen. Könnte da Bot Lane das halten, einfach? Ja. Die werden für 6er Grubs spielen einfach, ne? Ja, die werden für 6er Grubs spielen. Soweit die Bot upsteppen, lauf wieder Bot Kutscher. Ja, wir sollten hier fighten. Ich muss dich nicht mehr binden. Ja, eh. Okay. Lass pushen, dann gehen wir hoch. Ich will jetzt hier in seine Bot-Side rein. Ja, ich hol hier Vision. Noam ist. Ich glaub, den Sao ist auch top-Side hier als erstes Mal. Ich hab Trifoss jetzt im Base. Hier hinten? Da hat er grad will Pflanze. Chill, 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 chill. Wir haben keine Ahnung. Oh, jetzt sehen wir die. Du kannst rein-Zipieren, wenn du watchst. Nein, nein, nein. Ich will damit, ich will damit. Ich mach auch auf die Ash-Sideen, ey. Wir sind bei mir. Ja, wir haben die erst bei euch. Schönes Ding. Wir sehen keinen Knock-Up. Wir können die Diven. Wir sind mit Sündig. Nein, drei Sekunden, drei Sekunden. Okay, dann nicht, dann nicht. Dann einfach chillen. Ich will hier Red Buff invaden. Wir sollten mit Botk pushen, brauchen noch einen Reset eigentlich. Ich komm mit darauf, ich komm mit darauf. Bart könnt moving, Bart könnt moving. Wir recallen, wir gehen bei Harry. Ich hab Hydra ab. Okay, wir wissen nicht, wo Xim ist. Der ist immer noch nicht hier top-Side. Ja, ich hab Flash im Notfall. Wir gucken, ob wir in den Fight. Können wir hier nach rechts auf die Reihe? Auf Ash? Ja, ich guck für Ash. Okay, nice. Ich würde schnell Reset nehmen für Vision of Drake. Achtung. Das ist kein Play-Grohr. Ne, ne, ne. Soll ich Top Tower droppen für Drake, Sage? Ja, ja, ja. Aber ich glaub, du bist zu weit weg, Pius. Du musst zu uns kommen. Ich komm rein. Lasst hier für Fight einfach gucken, ne? Ja, Ult ist an. Ich bin dead. Nice. Bren ist noch drin. Was ist schiefgelaufen? Was müssen wir anders machen? Wir haben Trondle ult ab und wir haben Taric ult und ich hab Trondle bekommen. Also. Und ich glaub, es ist auch viel besser, wenn wir, also wir müssen First Play machen, ne? Also wir, also wir, also wir, also wir, wir waren halt nicht zusammen. Wir müssen einen Hike bei uns haben, reingehen und dann, anstatt, dass die auf uns rauflaufen können. Wir sollen für Wattline-Taric schauen, ob wir den bekommen. Also, wir sollen den eigentlich protecten. Oh mein Gott, das war der Erscherung. Ich bin nur noch gut gut runter, Leute. Scheiße. Kein Flash hat er. Äh, Megaschott. Kein Flash, kein Flash, kein Flash. Ich hab mir keinen TP. All in, all in, all in. Nice. Der Blending auf dir sieben Sekunden bis Hook. Wir können weiter, wir können weiter. Ja, ich, ich zult. Weiter. Hör mal hier. Wir müssen da ein bisschen mehr reden, weil ich hab null gechalt, dass ihr so lange für Syndra gebraucht habt. Also ich, 2v2 plus Turid Botlane. Ja, mit Bounty sogar. Ich werd Incent raussehen. Ja. Ash Arrow hat tatsächlich kein Arrow, Ash hat kein Arrow für Drake. Wir haben gerade auf Mitte geguckt. Wir haben Gwen TP. Aatrox könnte von unten reinkommen. Also Syndra wird safe top, komm. Mitte, 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 Mitte. Einfach Barth. Ich würd erstmal nicht TP'n. Ja, hinterher. Haben wir. Und Uxin und Uxin. Nein, Xin, 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 Xin. Nein, nein, ich hab nits. Nein, go Nash, wir können Nash-Brushern. Wir committen auf Pyke's Target, ne? Ja, und dann muss Pyke coin. Ich wurde gespottet. Xin hier oben. Ja, ich geh für Xin. Ich komm für Xin, hier. Du hätt kein Ult. Ja, kein Ult, einfach auf Xin. Auf den TP dann? Auf den TP, auf den TP. Auf TP, auf TP. Hey Nash. Nice. Nash und Drake. Können wir Drake noch direkt danach machen? Wir haben Tempo. Ich hab TP. Genau, also die, die Base gehen müssen mit TP, können ja machen. Ich muss auch Base, hab ich komm mit TP. Ruhig, lauf einfach durch. Äh, jetzt, ne? Die kommen immer noch mit Barth Journey rüber. Äh, einfach Drake. Okay, nice. Sehr gut. Und jetzt Reset. Reset und dann aufbauen. Decker, die könnten ja Vision haben. Mitte wird fallen. Äh, ich komm mal Richtung Toplane dann. Ich hab auch Mikaels, wenn der jetzt einen Arrow trifft. Ich hab wirklich einen Top Top. Ich krieg Top Tower. Ja, das ist kein Play hier. Das ist zu lieb. Einfach pushen, einfach pushen. Wir können ihn nicht flanken. Ja, wir haben grad ein bisschen Zeit. Passt auf. Ey, ey, ey. Okay, Sonja ist raus. Einfach raus. Sind wir alle fein? Ja, ja, wir sind fein. Ja. Wenn die stayen, difen wir noch. Müssen wir nicht, oder? Nee. Ich hab Uli noch. Ich hab Uli noch. Alles gut. Okay, raus, raus, raus. Die TP'n. Nice. Okay, wir müssen jetzt Bots halt Vision stellen. Ich kann die Bots TP'n. Also ich bin geistkrank stark. Ja, unser Target ist jetzt Drake gleich. Das nächste, ne? Ja, wir haben noch. Wir können hier noch, oder? Okay. Das ist doch disgusting, Mann. Okay, Flash raus. Okay, Syndra Flash. Okay, drei Mitte gerade. Oh. Oh. Wobei, ist okay. Bist noch für Drake da. Ich glaub, wir sollten jetzt einfach nicht dumm sterben hier. Ja, ja, ja. Ist noch Flash? Ich hab Uli noch, naja. Sollten hier jetzt komplette Kontrolle dann Topside holen. Und wenn die reinsteppen, für ein Fight spielen. Ja, die werden ja nicht da sein. Sind doch kein Flash, ne? Link drin. Ich hab ein TB. Wir sind nicht zung mit Pike, Leute. Wir sind nicht zung mit Pike. Ich bin da. Ich bin gleich da. Ich muss hier raus. Ich hab gecaut's wird. Bein, wen anders. Bein, wen anders. Bein, wen anders. Also, die macht man, wie gesagt, nix gegenwenn. Syndra, Syndra, Syndra. Ich mach da nix, gär. Beide Stunt. Aatrox, Aatrox, Aatrox. Ich hab Uli noch Aatrox. Ich hab Uli noch Aatrox. Äl, ist dead? Ich hab die, ist noch, ich hab die Syndra. Nice. Go Aatrox. Es game, es game, es game, es game. Ja, nice. Ja, nice. Ja, good job. Ey, ich hab das Gefühl, auch zu finden, ich war in Glückstädt-Bett, dieses Game, Alter. Wir haben gar nichts gemacht. Ich glaub, wir spielen auch absolut terrible, ey. Wir haben so viel ins Grim. Oh mein Gott. Wir sind so gar nicht auf eurer Page. Wir haben auch noch ein nicht-würdig gescrimmt. Ja, ja. Aber, also. Boah, ich verlobe. Ja, wir haben einmal, einmal 3-Block gemacht. Du musst halt dein Solo-Ding machen können, die ganze Zeit. Ich hab ja mehr gesehen, als du. Ich hab ja mehr gesehen, als du. Wir müssen noch... Lass mal kurz konzentrieren. Ash ist der live. Oh, wie tanky ist der? Okay, finish, 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 finish. Einfach hitten. Okay. Hörst du die noch? Yeah. Okay. Boah, wichtiges Comeback noch. Ja, ich mein, erstes Game war halt auch nur der Drake-File und mein Midlane-Catch. Das war, wenn das nicht passiert, ist das erste Game, glaub ich, auch sehr vulnerable. Ja, wir haben gecoalt, das war ein Pack-Taric-Winkel. War sowas für ein Pack-Taric-Winkel, obwohl es eins der schlechtesten Pack-Taric-Winkel-Games war, das wir gespielt haben, würd ich schon sagen. Also, meinst du jetzt von euch gespielt oder vom Winkel her als schlecht? Ich glaube, als Team-Winkel verpflichtet, umgesetzt. Ja, das mein ich. Ja. Wir müssen viel, viel öfter, wenn wir auf Midrace sind, da sein. Die hat wirklich geistesgang gespeckt, die Syndra. Die hat eigentlich gar nichts gemacht, das ganze Game. Ja, aber ich mein, Mid-Game und Late-Game. Und dass wir den dritten Drake, den dritten Drake dürfen wir halt auch niemals verlieren, das ist auch so bad gewesen eigentlich.